hallo und willkommen zurück zu mindcrack feed the beast ja und wir sind wieder hier in unserem kleinen hütchen und wie man sieht es ist ein bisschen sauberer geworden hier ich weiß gar nicht ob ich die portal ganz das letzte mal hier auch stehen hatte ist schon ein bisschen mehr you matter geworden was ist denn hier los scheiße wir haben ein kleines problem haben wir keine energie mehr cool ich glaube unsere lava vorräte sind leer geworden scheiße sammeln wir hier erst mal ein bisschen auf ja nee hier kacke und so wie ich mein glück kenne jetzt müssen wir mal kurz gucken ja das ist eins meiner neuen bauten das habe ich mal offscreen gebaut gestern vorgestern und ja das ist ein kleiner lava auffang behälter aber so wie es aussieht ist echt unser labersee leer ja die mfu mfe hat nicht genug power ich habe recht gemacht so ja ich glaube wir müssen meinen den meter 123 building blocks haben wir genug da bei so und into den eter oh nee das ist doch nicht ist nicht leer gelaufen oder oder oh shit haha mal gucken was er macht okay machen wir hier ein bisschen mehr platz für die lava schauen wir mal ob das ding die energie ist natürlich leer da müssen wir dann mal noch mal zurück in die normale welt und uns energie auffüllen damit wir hier weitermachen können also dass die pumpe anfängt zu laufen weil es ist der einzigste nachteil an den energie an den endens die strom brauchen sie brauchen halt strom und so wird es halt nix so kurz auffüllen die 10.000 eu das ist ja schnell gemacht äh nee nicht du sondern du jetzt schauen wir mal kurz ok der hat wieder energie sehr schön die noch nicht ne dauert noch einen kleinen moment so dann rasen wir mal davon so jetpack ist geladen und rein da gehen wir noch mal into den eter so steppen wir mal in den club zur pumpe ach schauen wir mal ansonsten müssen wir die pumpe umstellen ok fängt an oder ja generiert oder ja passt 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 vorsichtshalber so wenn der reni meint kommen wir mal in den ps jetzt muss ich auch noch aktualisieren na super das passt ja so gast okay ich sehe den gast nicht sieht er mich glaubt und nicht ich hoffe mal dass die pumpe das durchhält ansonsten müssen wir uns das alles noch kraften so jetzt gehen wir mal zurück in die oberwelt so nur kurz t tss so verbinden verbinden tss ja nachdenken, 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 portal gun, essen ist ok, bücher lassen wir hier und sterben hey hey ho alles fit klar und selber hallo liebe zuschauer ja muss muss hallo live stream ich bin gerade dabei mir jetzt meine portal gun zu schnappen und mir noch mehr spawner zu holen aber dafür muss ich erstmal da mein log wieder aufmachen lass mal Licht machen ich habe gerade meine energieversorgung wieder hingekriegt glaube ich ja das ist doch gut glaubst du, glauben ist nicht gut äh ja ich muss gucken ob die ah ja ok juju meta kommt raus ja energie ist wieder da äh meine pumpe ist gerade ein bisschen nicht pumpig gewesen die ist aufgrund gelaufen und du hast das game geliftet ich weiß, mein portal gun ist gerade weg, ah da ist sie wieder ja den, den bug hatte ich gestern auch, wo ich noch offscreen gebaut habe ich habe gerade echt, mein Herz ist gerade stehen geblieben plus mein Podest, dachte ich, wo ist das hin ja, so ging es mir gestern auch, ich so da fug, wo ist das hin und weg war es ok, erzähl weiter äh ja dann hab, ich komme da so in meinen juju meta raum, steppe da so gemütlich in den Club seh da 1, 2, 3, 4, 5 ja, so gute 6 Decks Cobblestone noch rumliegen ja ich so, oh oh guck in Mass Fabricator, 0% fuck guck in meine Thermalgeneratoren fuck alles leer ich muss mir noch ich muss mir noch eine zweite Pumpe bauen und die ganze Grütze dahin spaxen weil ich hab noch sogar mein 4x16 hoher Lavatank Turm ist leer gewesen oh das war krass ja der war komplett leer von gestern Abend ab oder vorgestern gestern na gut, da ist ja letztendlich ja nicht nicht viel drin wieder äh ich hab du kennst ja diese Glastubes wo du für das und davon 16 Stück mal 4 okay da passt einiges rein plus meine Stromversorgung über Solar Panels die ich demnächst jetzt auch noch aufstocken werde auf Advanced Solar Panels hat nicht alles so gepackt war ein bisschen zu wenig Strom ja gut mit Strom hab ich zum Glück nicht mehr ganz so viele Probleme ich hab so viele Solar Panels meinen Atomreaktor brauch ich schon gar nicht mehr ja ich hab noch ähm ich hab insgesamt 10 Solar Panels und die will ich jetzt alle noch auf Advanced Solar Panels umstellen beziehungsweise hochcraften richtig also ich bin froh dass mein Mass Fabricator ich hab ja jetzt insgesamt Offscreen hab ich ja noch ein paar dazugesetzt jetzt weil dann was hab ich denn da 6 Stück stehen glaube ich äh die machen mit dem Mass der soll ja gar nicht schnell rennen ich brauch ja so viele gar nicht ja klar äh wenn ich was brauch ich pack immer was rein ich hab mein Wasserkraftwerk und mein Windkraft äh erzeugt dann noch nicht ganz so viel um meine 6 äh Recycler voll im Laufen zu halten permanent deswegen schmeiß ich die alle einmal an lass die laufen bis sie halt keinen Strom mehr oder nicht mehr ausreichen kriegen beziehungsweise bis sie fast eine Überproduktion an an Kabel haben ja und äh dann sind die Kiste da drunter ist dann mit weiß Gott wie viel Scheiß wieder vollgeballert also das passt immer schon äh ja hätte jetzt mein meine Stromzufuhr nicht aufgehört wäre wahrscheinlich meine ähm Crystal Chest komplett voll mit Juju Matter aber hast du eine Crystal Chest was machst ja naja klar es muss ja cool aussehen das Juju Matter ja aber das ist lag nach einer Zeit da musst du aufpassen also bei mir ich hab nur noch ähm drei Reihen frei nicht bei einer sondern ach scheiße jetzt bin ich schon wieder jetzt bringst du mich hier voll auf ein Konzept ja jetzt darf ich wieder zurück wenn egal ja aber ich muss mal bei mir einen kleinen Cut machen so und da bin ich wieder in meiner Aufnahme nach einem kleinen Disconnect ah ja jetzt ist Not Enough Items wieder da äh ja auch für meine Zuschauer und die äh die Zuschauer vom René in seinem Livestream ich werde heute mal wieder ein bisschen anfangen Solar Panels zu craften also advanced Solar Panels ja und das wird wieder lustig allein wegen dem Irridented Glass das wird wieder nervig gut Uran hab ich ja Ormas das ist ja kein Problem aber es ist halt es ist halt langwierig es ist sehr langwierig äh da Eier 12 und dann noch mal 13 äh sag mir nicht ich kann nicht von Twilight Forest zur echt zur realen Welt mit dem Portal springen du meinst mit einem Portal Portal also Portal Gun Portal ne das musst du über Ding machen wie bringe ich denn ein Spawner rüber äh übers Portal also übers ähm äh äh nicht Endportal genau das ist der einzigste Weg so hab ich mal auch einen mit rüber gebracht das hab ich ja überhaupt nicht gewusst ach geiße okay 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 dann das hab ich nicht gewusst Advanced Alloy oh Ach Ach scheiße Alloy ein Stack davon scheiße ich hab kaum noch Themen was geht was los was geht was los ja wow echt wow wow re-en-find-iron aber ich hab doch noch da-da-da-da-da oh jetzt kann ich hier nicht mal boah was los hier ich will nicht unten im Wald mensch kaputt äh äh brauche ich die Carbonplatten okay ja brauche ich Carbon boah das wird so teuer 20 Advanced Solar Panels zu craften okay das kann ich mit UU ich kann eigentlich einen Großteil kannst du ja alles mit UU Meta machen einen Großteil das stimmt ja der Sound ist mir gerade viel zu laut ne funktioniert nicht jetzt ist der Spawner weg ne da ist äh der müsste eigentlich noch da sein also ich hab so meinen ähm ich bin durchgegangen der ist jetzt weg schau mal steht der vielleicht um dich herum irgendwo kann ich das ich sehe hier keinen warum hab ich das da also bei mir war es so dass der um mich herum gestanden ist wo ich ähm aus dem Twilight gekommen bin äh wie weit also bei mir ich lass es fünf bis sechs Blöcke gewesen sein ist der jetzt nach drüben ja doch ich hab ihn so rüber gekriegt ne hier ist der auch nicht also ich hab hier fünf und dann hab ich hier ach du scheiße eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn da fuk 15 solar panels so 15 solar panels also ich brauch noch mal fucking viel zeug 30 advanced circuits ein ein hab ich ja schon ja gut da gebe ich dir recht da gebe ich dir recht aber da hab ich gerade zu voll für kacke ach komm das mach ich mir jetzt mit Juju Meta ist mir scheißegal wir bauen uns das alles aus Juju Meta was wir brauchen dafür ist es doch da ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun Stacks Juju Meta das wird reichen nicht sterben und schon ist René tot noch ja würde ich jetzt auch sagen ich erinnere dich nur an dein letztes ich zitiere dich mein Jetpack war leer ja und es war auch leer das passiert mir nicht neun sieben Eier locker 42 reicht mir das ja das reicht mir aber hast mal eine Frage an dich René hast du gewusst dass du ähm was spielt mir ähm dir die Rezepte so on demand wenn du dir aufs Fragezeichen klickst die Items rausholen kannst wenn ich die mir wie ähm du hast doch wenn du dir ein Rezept anzeigen lässt so ein Fragezeichen äh kann ich mir glauben ich krieg gerade gar nichts an hä ich komm nicht in mein Inventar rein dazu musst achso ich hab die ganze Zeit R gedrückt ich frage du hast kein du hast kein ja ok du hast doch dann so ein Fragezeichen ja du meinst da neben der Anzeige do you knopf genau und wenn du damit shift äh shift gedrückt und linke Maustaste drauf gehst und du das ganze Zeug in dem Inventar hast wird es sofort zusammengesetzt ist aber cool das wusste ich auch noch nicht ja hab ich zufälligerweise äh bei einem anderen Let's Player gesehen das ist ja witzig 12 das heißt äh das reicht mir nie im Leben und wenn du dann siehst ok alles klar du hast alles ist das jetzt richtig na ganz klasse boah ich heute verzweifle ich an alle ähm wie krieg ich den Spawnern jetzt hier ähm Jolo das hier Jolo 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 Swag und so äh Glowstone brauche ich jetzt alter ja kacke ich hasse es das einzig der einzigste Nachteil ist wenn du es in äh Ding hast im im Project Table kannst du das nicht benutzen nur wenn es wenn du es wirklich im Inventar hast ist es ein bisschen kacke ich muss es im Inventar haben also nicht im Crafting Table ne im Inventar reicht und dann Shift Shift und linke Maustaste dann bekommst du es in den äh in den Crafting Table rein ne nur im Inventar also in deinem normalen Inventar wo du drunter hast Alter leckt es was ist denn los hier warum leckt das reicht es ich versuche es jetzt noch mal wenn du Spawner was ne gib ich es auf okay was fehlt mir was können wir denn jetzt schon bauen Alter warum lag ich denn hier heute was ist denn los ich hab das ah ja okay sehr schön Industrial Craft ist so schön wenn CUU Meta dabei ist ah kacke verklickt dang it so äh du bist mit dem Spawner in der in der Hand quasi reingegangen oder genau also so war es bei mir ach ach nein jetzt ist ein Item und ist in meinem Portal gerade drin äh weil jetzt kannst du den wegschmeißen jetzt ist es nämlich ein Schwein ist das Smelting shit hallo ne nicht Smelting ah ich hasse es Iridium Toll da komme ich auch nicht mehr ran jetzt ach Gott okay ich geb's auch ach Kompressor muss ich das rein spacksen okay hier nimm du Stück und kompressiere es okay dann müssen wir uns anders weit was suchen okay das tut der hat auch noch genug Saft Alter ich muss mal dringend das sieht mir nicht gut aus da gibt's auch gar nicht was los hier oh oh scheiße ich muss Strom wegmachen kacke kann man das Portal nicht zerstören und dann wieder aufbauen wie meinst du das in welchen Gründen sollte man das machen boah dauert das lange komm dann nehm ich mir die Upgrade Kits hier hinten raus dann geht das schon mal schneller Schwein ist ja nicht so schlimm Schwein ist sogar sehr schlimm lieber Merth Schwein ist sehr schlimm eben Schweine sind scheiße ich hab auch so unendlich hat schon meine Mama gesagt wird's mir nie wieder mangeln nie nie wieder ich hab zwölf Millionen Schweine ich hab zwölf Millionen Kühe ich hab zwölf Trilliarden Karotten Möhren und alles möglich ich werd nie wieder Hunger leiden müssen ja ja so geht's mir auch weg nein daneben geschmissen aha schon wieder rauchen immer jederzeit immer jederzeit ich brauch jetzt nen scheiß Brunner ich hab vibriert haben wir ihn gehört aber warum krieg ich kein Ende ich frag mich warum ich vibriert hab das weiß ich nicht ich auch nicht weil ich hab nix drauf auf dem iPhone komisch Strunk 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 ist bestimmt eine äh eine Ding SMS ne sag's mal ne ähm ach wie heißt das was das was die NSA und so machen ne ähm ne Ding SMS halt ne sagst du die können sich ja nicht mal selber abhören deren Seite ist doch schon down ja gut stimmt auch wieder oder was heißt gibt's bald nicht mehr aber die haben irgendwie jetzt schon irgendwie 12.000 Plätze einspüßen müssen ja stimmt die können sich nicht mal mehr selbst abhören ne Bronze Blades jetzt brauche ich ein Refined Iron und Tin okay den 1 2 ach du blödes Ding 1 2 3 1 2 3 so man 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 äh das muss ich nachher erst nochmal wieder in den Nähter fliegen äh Bronze das ist Copper machen wir noch zwei Bronze komm dann können wir uns Ding machen das brauche ich hier ach so ja jetzt weiß ich was du meinst ja den kenne ich ich muss dir gerade überlegen was du ja ja kenne ich das spackst du mal auch in den Kompressor da ist eine nö doch nö doch schon eine gefunden ne ich erlaube es mir einfach selbst ah ok so dann machen wir uns mal 12 Iridium Iron Plates weil wir es können das wird wieder teuer das wird teuer 1 na super da ist äh Kompressor ist ja hier nein das ist Blade Bending 2 so was kann ich denn jetzt machen was brauche ich äh ich brauche davon zap 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 brauche ich das nein ich hasse es bei den ganzen Rezepten nicht zu verklicken machen wir mal den ganzen Arsch voll so äh wie viel brauchen wir denn was habe ich gesagt wie viele Solarpanels habe ich 15 äh so das muss reichen äh jetzt brauche ich noch Redstone und Lapis reinge achso Lapis Lazuli IC2 crafting hä ah shit falsch gewedelt so äh IC2 crafting IC2 crafting dann nehmen wir uns mal ein stack ich brauche ich brauche redstone äh tütütütü ja so geht es mir auch ich brauche ich brauche ich brauche jetzt auch noch einen spawner ich hätte gerne einen zombies spawner hättest du gern hast du noch nix Ja, ich habe drei Skelettspawner, aber ich bräuchte einen Zombiespawner, oder ich hätte gerne einen. Ich habe das letzte Mal so einen Schweine-Spawner gehabt, da bin ich mit einem Portable Hole einfach in den Boden gegangen und bin so Zika genau bei einem Spawner gelandet, aber diesmal habe ich irgendwie kein Glück. Cool. Ach, kacke. Ich vergesse immer aufs scheiß Fragezeichen mit Shift zu klicken. Fürs Scheiß. So. Ah, jetzt habe ich keinen Yu-Yu-Matter im Zentral. Ach ja! Nee. Die Zombies, was bringen die eigentlich? Die bringen dir doch nichts. Ähm. Ich habe... Doch, die können ja teilweise auch volle Montur droppen und so. Wo kommt der denn her? Also Rüstungsmontur und so. Ich bin in der Nähe von einem Spawner. Entschuldigung, wenn ich dich unter... Ah, habe ich ihn doch. Scheiße, ich habe aber nichts, um mich zu wehren gerade. Das ist ein bisschen doof. Was fehlt mir denn jetzt? Ich habe doch... Äh... Mir fehlen... Oh, Leute, ohne Witz. Äh... Da bin ich. So ein Portable Hole ist schon eine fange Sache. So. Hast du auch einen? Das finde ich auch. Ja, habe ich mir mal offscreen gezaubert. Hat scheiße viel gelau... äh, extrem lange gedauert. Voller. Ja. Ich bin, glaube... Anderthalb Stunden, zwei Stunden lang nur rumgerannt, um mir die ganze Scheiße zu suchen. Äh, bist du noch im... Nein, 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 nein. Twilight? Okay. Äh... Jetzt brauche ich meine Wrench, meine Elektrische. So. Und ich muss mich irgendwo hin ausgöbbeln. Ich habe so viel Scheiße gerade dabei. Okay. So. Ich habe da nichts Wichtiges. Du. So, und das erste Advanced Solar Panel nach langer Zeit. Also, ja, das zweite... Ne, das dritte insgesamt, glaube ich. Das dritte, ja. Okay, ich baue jetzt meine ganzen Solar Panels ab. Die normalen, damit ich die nachher verkraften kann. Tapp, tapp, tapp. Nja, jetzt fällt das dummer Ding runter. Und dann mal gucken, wie ich mir das ganze Zeug... Au... Hinstell. Damit ich... Ne schöne Flower hinbekomme. Das versuch mal. Ne richtig schöne Flower. Ja. Ich habe ja überlegt, es bei mir ins Ding reinzupacken. In den... Lavaturm. Aber da habe ich... Äh... Einen Fehler gemacht mit der Konstruktion. Aber da muss ich mich mal reinfriemeln. Ja, oder? Ob ich das nicht ganz wie... Murkserisch, äh... Äh... Bauen kann. Tup. Block gesetzt. Ne. Ah, scheiße. Da fehlt mir jetzt auch noch ein Block. Neun... Ach, verarsch mich doch, du Kackpratze. Diese Türme gibt es bei uns komischerweise nicht. Zumindest haben wir die bis jetzt noch nicht gesehen. Oder ich zumindest. Mit diesen Endbossen. Und was für einen? Wo? Doch, gibt es... Ja, im Twilight. Im Twilight. Also, ich suche jetzt aber Spawner. Ich habe es jetzt zweimal versucht. Da gibt es auch einen Spawner drin, ne? In diesen Twilight, äh... Ja, davon habe ich doch gerade. Davon habe ich doch versucht, die zwei zu holen. Achso. Aber es gibt auch noch... Oh, da gehe ich nicht durch. Das ist mir zu lang. Es gibt auch noch so... In unserer Welt gibt es zum Teil... Oder soll es Türme geben einfach nur. So alte Ruintürme. Wo auch sehr viele Spawner sind. Aber die habe ich hier bei uns noch nicht einmal gesehen. Und... Habe ich... Lass mich mal überlegen. Ne. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Habe ich doch Glück gehabt. Alter Verwalter. Habe ich mich gerade verjagt. Bronze Plate. Ich brauche Tin. Und... Ach, ich vergesse immer das scheiß Rezept. Und die... Für die scheiß... Äh... Ding. Ne. Albieren. Ne, habe ich genug von. Tin. Und Bronze. Genau. In der Zeit mache ich mir... Keine Sting. Keine Circuits, weil ich nicht genug Zeug dabei habe. Ja, das ist so scheiße, wenn du da alles machen musst. Oder so viel Scheiße. Und vor allem in so einer Menge, wie ich es machen will. I know, I know. Was brauche ich denn jetzt gerade nicht mehr? Ach komm, das... Ne, das einzelne Yu-Yu-Matter behalte ich noch. Red Stone... Don... Hab ich noch genug. Ja, das muss reichen. Diamanten muss ich mir nachher gleich noch wieder welche machen. War ich letztens auch so schlau und hab mit Diamanten gemacht, obwohl ich noch locker welche hatte. Ja, ich hab 30 Stück übrig, aber die behalte ich mir auch. So, die Originalen sagst du? Nö. Einfach gemacht. Die stockte immer so auf 30 auf, weil ich hab 30 und hab ein paar an Dennis abgedrückt. Weil er mir ein bisschen seinen Blast-Fernance überlassen hat. Zu meine 30 Silicon Plates zu machen. Ach Gott schon. So nett wie er war. Mit ein paar Energieproblemen bei ihm. Noch nebenher. Da läuft ja irgendwie alles nur so bedingt. Ja, er hat noch die Industrial Centrifuge laufen lassen und die hat's halt gefressen. Alter, jetzt komm ich aus dieser Hülle nicht mehr raus, oder was? Ja, das ist mit der erste Datei. Hey, Hashtags sind cool. Muss man ausnutzen, wenn man die hat. Doch, ich find die klasse. Nicht. Ich find das witzig. Schreib ich überall rein, was geht, ey. So. 14, das passt. Alter, ich möchte jetzt hier aus dieser Hülle mal wieder raus. Nee, das wird mir nicht reichen, denn ich brauch die ja nicht. Erstmal Kaffee. War heute. Nee, gestern Morgen. Gestern Morgen hab ich den geschrieben. Sag ich, na Jungs, alles gut bei euch? Und dann Hashtag erstmal Kaffee. Fand ich gut. Hashtag gay. Ach nee, davon hab ich nicht mehr genug. Okay, dann legen wir das mal hier ab. Gut. Alter, komm ich jetzt aus dieser Scheiße Idee. Nee, lass ich noch laufen. Das darf doch nicht wahr sein. Wie weit bin ich denn unter dem Boden? Ach, also rum. Ja, Knarf. Ach herrje, wo bin ich denn? Ich krieg die Peste mit diesem Scheißdreck. So. Ja, schon wieder verklickt. Ja. Zap. Stack. Ach, scheiße, ich habe doch noch genug unten. Zap, zap. Zweimal Knie brechen und schon bin ich unten. Das war Alu. Hier, ich habe doch noch einen Stack an Rubber. Ja, den anderen Stack kann ich dann auch noch trotzdem mal reinjagen. Nein. So. Dup, 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 dup. Na super, jetzt habe ich kein Bronze, äh, kein, doch, da habe ich noch Kupfer. Was will denn der von mir, du blödes Ding? So. Hammer knappen Stack an Ding, das ist sehr schön. Jetzt machen wir uns ein paar Circuits, zehn Stück. Könnte eng werden, egal, wir haben es ja. Jetzt wird mir Glowstone eng. Warum habe ich jetzt die Sch... Wo kam denn die hoch? Oder buck die gerade. Ne, ich habe mich gerade... Schrei doch nicht so. Achso, okay, da ist sie lang. Okay. Da ist sie an der Wand hoch. Du kleine, mieses Stück Scheiße an Spinnen, ey. Hä? What the fuck? Was fehlt mir denn? Glowstone. Immer diese Schisser hier. So, zwei Stacks Glowstone müsste jetzt reichen, oder? Damit ich mir fucking Advanced Circuits machen kann. So, jetzt haben wir elf. Ich komme meinem Ergebnis wieder näher. Das ist sehr schön. So, jetzt haben wir hier, jetzt brauche ich wieder dieses komische Ding. Dann kann ich mir hier davon drei machen. Wieso ist denn da unter den nichts? Was? Das ist doch scheiße. Was fehlt mir da jetzt? Äh, was habe ich jetzt zu Hause für ein Portal? Scheiße, kannst du mal zu mir gehen und was für ein scheiß Portal ich zu Hause habe? Habe ich das blaue? Äh, kleinen Moment. Mach ich. Sekunde. Mopfalle oben in meinem Wohnzimmer quasi. Scheiße. Ja, kleinen Moment. Äh, ich muss mir ganz kurz noch was craften. Blau, 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 blau. Ja, dang it. Blau, geht auf deine, deine Verantwortung, mein Freund. Willst du nicht warten, bis ich schnell bei dir bin? Ich gehe jetzt das Risiko ein. Okay. Wenn ich daneben liege, ich stehe da unten gerne an die Truhe aber noch ran. So, und das nächste Solar Panel. Sehr schön. Nee, nicht den. Äh, ich brauche den hier, den Electric Vench. Nein. Ja. So. Also, ich wäre jetzt soweit und könnte mich schnell zu dir teleportieren und gucken. So, nee, ich habe Portal habe ich schon gemacht. Ich könnte es trotzdem gucken, aber jetzt wäre es sonst eh zu spät. Äh, warte, Dennis, teleport. Du hast hier ein blaues Portal stehen. Jo, ich habe dich gerade gesehen gehabt, wo ich durchgesprungen bin. Hi. Ah, Spinn. Du bist ja nicht mal so weit weg von mir. Ich weiß es nicht, ich habe Orientierung verloren. Knappe 700 Meter von mir bist du weg nur. Das stimmt, tatsächlich. Das ist ja witzig. Tschüss. Tschüss. So, dann teleportieren wir uns wieder zu mir nach Hause. Ich habe nichts um mich zu erwähnen. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber nur ein bisschen. So, vier Solar Panels, Advanced Solar Panels stehen. Sehr schön. Okay, da habe ich. Gah! Okay, die kriegen. Entschuldigung. Kriegen Input. Kein Problem. Ich habe den Brot unter mir weggenommen. Das ist ein Noob, ey. Ja, den mache ich nachher. So, sehr schön. Strom ist. Hashtag Spinn sind Kacke. Ja, super. Ich möchte da jetzt irgendwie unbehagt rankommen. Das muss doch irgendwie gehen. So, da habe ich dann mal geguckt und ich habe gesehen, wir haben unser Folgen Limit erreicht. Wir haben zwei Advanced Solar Panels gebaut. Die restlichen werde ich offscreen machen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Mindcrack Feed the Beast. Und tschüss. René sein Stream. Tschüss. Tschüss. Tschüss.